Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten werfen ihre Schatten voraus, selbstverständlich auch an den Börsen rund um den Globus. Aktien und Anleihen sind schon vielfach besprochen worden, daher wollen wir uns in diesem Interview heute im Besonderen auf den Goldpreis konzentrieren. Fragen dazu jetzt dann Fondsmanager Thomas Kestow von der Plutus Vermögensverwaltung AG. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt. Schönen guten Tag. Schauen wir zunächst auf den November 2016 zurück, wenn Sie erlauben, Herr Kestow. Doch damals war der US-Dollar unmittelbar nach dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump deutlich gestiegen und der Goldpreis im Umkehrschluss kräftig gefallen. Ist denn jetzt im Falle eines neulichen Wahlsiegs von Trump eine ähnliche Entwicklung zu erwarten? Generell bin ich nicht der Überzeugung, dass es eine langfristige Korrelation gibt zwischen dem US-Dollar und dem Gold. Es gibt immer wieder mal Phasen, da steigen und fallen Gold und der US-Dollar gemeinsam. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, da laufen sie konträr auseinander. Fakt ist, seit den letzten US-Wahlen schwankt der Dollar zum Euro zwischen 1,05 und 1,25 in einer relativ engen Range. Der Goldpreis ist in der gleichen Zeit um 50 Prozent gestiegen. Sollte der US-Präsident wiedergewählt werden, sehe ich keinen Grund, warum sich daran etwas verändern sollte. Sehen wir einen neuen Präsident, dann wird sich der Trend wahrscheinlich noch verstärken. Also bleiben Sie grundsätzlich bullisch für Gold, wenn ich das richtig interpretiere, Herr Kiesdorf. Auf welche fundamentalen Faktoren achten Sie denn aktuell beim Thema Gold? Ja, Gold ist für mich Geld. Das heißt, Gold ist Geld, das sich nicht beliebig vermehren lässt. Es lässt sich nicht vernichten. Wir haben keinen Schuldner im Gold. Das heißt, schon in der Römerzeit kostete eine gute Ausgehuniform ungefähr eine Unze Gold. Vor 1,200 Jahren ein Ausgehrock, ein guter Ausgehrock für die Herren ungefähr eine Unze Gold. Und heute, wenn ich mir heute einen Handanzug kaufe, bezahle ich auch ungefähr 1.500 Euro. Das heißt, Gold hat seinen Wert aus sich heraus. Man hört jetzt immer wieder, Gold ist keine gute Anlage, es macht keinen Sinn, in Gold zu investieren, es bringt keine Zinsen. Aber inzwischen investieren selbst die größten Goldverweigerer wie Warren Buffett in Gold oder in Goldminen. Warum tun die das? Weil seit den 80er Jahren wir jede Krise mit Geld drucken und mit neuen Schulden beantworten. Wir haben kein Konzept, wie wir von dieser Strategie, das heißt vom Geld drucken und von höheren Schulden wieder wegkommen. Das heißt, irgendwann kommen wir in eine Konstellation heraus, dass wir diese hohen Schulden wieder verzinsen müssen und dann müssen die Schulden weg. Wie kann man sich das vorstellen? Aus meiner Sicht ist die wahrscheinlichste Variante, wir bekommen neues Geld in digitaler Form und das jetzige Geld, der Euro, der wird inflationiert. Dann werden die Menschen automatisch vom jetzigen Euro in das neue Geld tauschen. Und was sie dann noch für das digitale Geld oder für den Euro bekommen, das werden wir dann sehen. Ich bin mir sicher, ich werde für eine unserer Gold immer noch einen guten Herrnanzug bekommen. Spannende Aussichten, Herr Käsdorf. Zurück zum Gold und den Goldminen. Die Aktien folgen ja in der Regel dem Goldpreis. Selbstverständlich machen Goldminen natürlich auch eigene Nachrichten und auch die sind wichtig für den Aktienkurs. Wie sieht es denn hier aktuell bei Tudor Gold aus? Einem Wert, den Sie ja schon seit längerer Zeit im Portfolio haben. Also generell kann man sagen, dass Goldminen sehr niedrig bewertet sind. Wenn wir uns überlegen, Gold ist in der Nähe seiner Allzeithochs. Die Goldminen sind noch ungefähr 50% tiefer. Warum ist das so? Den Goldminen gehen die Reserven aus. Das heißt, die großen Minen haben immer weniger Gold und haben in den letzten Jahren kein neues Gold gefunden. Tudor Gold ist jetzt ein Explorer, der seit drei Jahren nach Gold sucht, hat es in diesem Jahr gefunden. Und hat in mehreren Bohrungen extrem viel Gold gefunden und wird jetzt über das Normale hinaus, auch jetzt in den Bergen, im Gletscher von Kanada, im Winter bohren, obwohl das recht teuer ist. Weil man hat so viel Gold gefunden, dass man unbedingt jetzt nachweisen will. Das heißt, das Gold, was gefunden wird, wird in einem Labor untersucht und dann werden Schätzungen erstellt, die dann valide sind. Das heißt, das reicht selbst aus bei der Bank als Sicherheiten. Und diese Goldreserven, die dann festgestellt werden, sind dann relevant für den Wert einer Firma, für zum Beispiel Tudor Gold. Und so wie es aussieht, hat Tudor Gold 20 bis 30 Millionen Unzen Gold gefunden. Und in der Größenordnung werden sich die großen Goldminen natürlich um Tudor reißen, wenn es so weit ist. Das sind in der Tat spannende Aussichten für Tudor Gold. Aber zurück, Herr Kiesdorf, zu den US-Präsidentschaftswahlen, die ja nun direkt und unmittelbar bevorstehen. Welche Rolle spielt denn der Wahlkampf, der ja zunehmend schmutziger wird zwischen Donald Trump und Joe Biden, in Ihren Projektionen für die letzten Börsenmonate dieses Jahres? Ja, generell ist es so, dass die Politik keine langfristige Rolle an den Börsen spielt. Das wirkt sich immer nur mal kurzfristig aus. Jetzt könnte es etwas anders sein. Man spricht ja sogar, dass die Wahlen nicht anerkannt werden. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, dass so etwas jemals gegeben hat in der neueren Zeit. Das bedeutet, es kann sein, dass wir nach dem Wahltag noch große Unsicherheit haben, wer dann Präsident wird und wie die nächste Politik aussieht. Und Unsicherheiten mögen die Märkte überhaupt nicht. Und ich rechne mal damit, dass wir jetzt unruhige Zeiten vor uns haben. Aber nur kurzfristiger Natur, langfristig wird sich das nicht groß auswirken. Abschließend, Herr Giesdorf, wie sollte sich jetzt der Anleger vor diesem Hintergrund aufstellen? Ja, der generelle Satz ist, don't fight the Fed. Das heißt, solange die Notenbanken Geld drucken und Geld genug da ist für die Kapitalmärkte, werden die Kurse peu a peu steigen. Aber was wir sehen ist, dass nicht alles steigt, sondern der Markt selektiert sehr stark. Wir haben neue Trends, wie zum Beispiel in der Digitalisierung, in Cloud und in der gesamten IT. Das ist natürlich für die Zukunft enorm förderlich. Und ich denke da nur mal an den Quantencomputer, der irgendwann kommen wird. Wir werden eine völlig neue Welt sehen. Und das sind natürlich spannende Themen, da fließt viel Geld rein, da werden die Kurse auch weiter steigen. Wir haben andere Trends, wie zum Beispiel Gesundheit und Ernährung. Bei Ernährung denke ich nur an das vegane Fleisch. Das könnte ein Megatrend werden, wenn wir nur mal sehen, was gerade in der Fleischindustrie los ist. Und die Massentierhaltung, also da sehe ich auch langfristig einen sehr interessanten Trend. Und ja, da kann man sehr gut rein investieren. Wichtig ist, dass ich einen langfristigen Charakter habe. Das heißt, Geduld und Aussauer sind gefragt. Und wenn ich das Ganze dann noch mit Gold als Absicherung dazu ergänze, dann ist langfristig die Zukunft sehr rosig. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Thomas Kästorf, für diese Einschätzungen im Umfeld. Der Präsidentschaftswahlen, der Blick auf die Börse. Alles Gute für Sie derweil. Danke, sehr gerne.